Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir schon wieder Scheiße-Kreis. Los geht's. Ich find das Spiel bockt halt voll. Vor allem, wenn man gewinnt. Achtung hier. Das machst du, Duis. Oh, oh. Ah, fuck! Ich dachte, das sind Pixel. Als ob ich so wenig getroffen wurde, hä? Ich glaub, ich treff irgendwo zwischen euch. Nein! Oh mein Gott, Mike. Ja, ich hatte recht mit, ich treff irgendwo zwischen euch. Das was war jetzt für mich, aber... Das was war jetzt für mich, nach dem ersten Treffer aufgeben. Oh, nein! Was war das? Voll leer! Oh, ich mach wieder was Lustiges. Rest in Peace, Louis. Okay, lustig. Rest in Peace, Louis. Schade. Ich wollte nicht dort landen, ich hätte überall landen können, aber warum denn hier? Nee, das war ja Double Damage. Nee, das war eine Teleportation. Also, dein. Ich hab mich zu dir TP'd. Ich stand gut. Oh, oh. Oh, Louis. Oh. Der Hopps-Taker. Ich hätt mich nie zu dir TP'd müssen. Scheiße, du Lufuchs, ne? Weißt du, was ich jetzt mach? Spotify? Ich treff euch beide. Oh, nicht ganz. Weder noch. Oh, doch, Louis! Digga, warum küsst du den Louis die ganze Zeit so richtig fett? Die Monde so... Ey, ich hab Mr. Guppies. Oh, der rollt vorwärts? Ich dachte zu... Wie kommst du denn auf so'n Schluss? In der Luft ist er zurückgerollt. Ich will ja weg. Ich will ja weg. Dann geh doch. Keiner will nicht hier raus. Nein, ehrlich, ne? Keiner hält dich auf. Verpiss dich. Keiner will nicht. Ach, das sind Guppies. Ich treffe nichts mehr, weil ich hier bei Fuchs stehe. Ich will ja weg. Oh, jetzt ist es Fuchs schuld, oder was? Genau. Nein, der Teleport ist schuld. Ich hänge hier auf der Spitze und wir sind zu nah beieinander. Ich bin nicht nah. Jawohl. Oh, oh. Oh, du... Oh, danke. Danke. Kein Thema. Ich find's schön, dass nur Fuchs einfach eingesperrt ist. Ich kann nichts machen. Ich bin endlich nicht mehr eingesperrt. Vielen, was der Ehrenmann. Oh, Mann. Wieso bekommst du die Ecke dahinten? Wir hassen sie wirklich, oder? Ich hab bisher keinen Schaden bekommen. Ja, Angeber. 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 Und Louis, das ist dein Plan. Ich weiß noch nicht. Ich geh einfach auf gut Glück. Na, fuck. Naja. Warum bin ich so gut protected? Freigott. Ich schieß einfach. Fehler voll. Oh. Oh, es geht. Oh mein Gott. Das schwarze Loch hat dich wirklich protected. Ja? Die Flugball ging erst direkt auf dich zu und dann gerade hoch. Bin halt ein King. Entweder bringe ich uns erst beide um, Victor, weil ich jetzt sehr riskant gerade mit Schuss und... Oh mein Gott, bei Gott. Ui, Junge. Oh, Junge. Ich hab einen Millimeter verkackt, bei Gott. Oh mein Gott, Louis. Und einfach meine Flugbahn für Victor komplett abgeschnitten. Kein Thema, Fuchs. Immer wieder gerne. Kein Problem. Danke, danke, Bro. Kein Thema. Warum tust du mir das ein? Warum, Louis? Was? Warum wird Louis eingeschossen? Warum? Ja? Komm. Oh, scheiße. 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 Cheater. Was? 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 Oh mein Gott. Ein Millimeter. Mein Gott. Warte, was macht der Schwebeball? Warum hab ich den eingeloggt? Was kann der? Fliegt der komisch? Was weiß ich doch nicht. Ich glaub, der fliegt komisch. Rest in Peace, Louis. Juge, Louis. Drei Leben. Louis ist so ein Boss, ne? Er hat drei Leben. Louis ist so ein Boss. Ich hab nicht mal einen Erdbeben. Hast du einen Erdbeben? Ey, Louis, geh du mal bitte auf Anton, okay? Ähm, nein. Nein, 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 nein. Ich hab schon eingeloggt. Ich hab schon eingeloggt. Oh mein Gott. Okay, aber jetzt muss ich kurz Mathematik machen, okay? Ich würde am Ende eh nicht treffen. Bitte schießt nicht auf uns. Versuch was zu nehmen, was abprallt. Versuch was zu nehmen, was abprallt. Hab ich nicht. Wir brauchen bessere Waffen, Leute. Ja. Bitte spenden sie noch heute. Hä? Ich hatte doch noch vier Sekunden oder so. Oh, Louis. Oh, Louis. Ich hatte doch noch vier Sekunden. Mein Handycab ist weg. Hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte, hätte, Fahrradkette. Okay. Das war genau drei Schaden, oder? Ja, natürlich. Ich hatte doch nur noch drei. Ich hatte. Egal. Ey, was genau? Das geht ab. Digga, wenn ich einen Sniper oder sowas hätte. Was ist das? Eine Störung. Beweg dich, weck du auf deine Router. Ach so. Ich hab sowieso keine, oder? Ja, weil ich mich nicht bewegen musste die ganze Zeit. Jetzt aber. Ja, jetzt muss ich mich bewegen. Aber. Die Anstelle nicht steigt. Ich glaub, ich werde nicht treffen. Ah. Ah. Gut, gut. Unangenehm. Unangenehm. Wirklich unangenehm. Hast du die Gute von dem Loch, Victor, hinter ihm? Äh, ungefähr. Ja, dann versuchen wir, was reinzupallern. Alles auf eine Karte. Alles auf eine Karte. No. Oh. Oh. Das erste Mal, dass ich eine Sniper gezogen hab und sie trifft. Oh. Das kann kritisch ausgehen, aber man lebt nur einmal. Mach Fortify. Nö. Oh. Ach so, ich dachte, das... Oh, die fahren weiter, was? Ich dachte, das wäre was anderes. Ich dachte, das wäre was anderes. Voll geil, die Attacke. Ja, die ist wirklich voll geil. Aber ich dachte, die macht was anderes. Tja. Nun gut, so ist das Leben. Tja, Tadeus. Das Problem ist halt, du bewegst dich nie, Victor. Nö, hätte ich ihn ja getötet. Hätte ich gewusst. Ne, nachdem du getroffen wirst, musst du dich bewegen. Das ist einfach ungeschriebenes Gesetz. Naja, so ist das Leben. Ich muss mal schneller machen, ich krieg hier so viele Sachen geschenkt. Endlich, Sub-Sniper freigeschaltet. Dylan, was hat keine Lust mehr auf uns? Und, Fuchs, jetzt müssen wir mal herauskriegen, wer von uns beiden der richtige Mann ist. Wie wär's mit Nein? Doch. Aber... Bist du das Handicap oder bist du nicht das Handicap? Das ist die Frage. Vielleicht ist ja Anton das Handicap. Vielleicht bin ich das Handicap. Das finden wir jetzt heraus. Nö, Fuchs ist das Handicap. Du, es ist das Handicap. Wer hat mich bei Spielcasinotisch geimpft? Wer will gebannt werden? Ich hab das Gefühl. Und was hast du? Double Damage. Kann ich gerade nicht mehr nutzen? Das Double Damage kann ich nie im Leben benutzen. Wenn du ein bisschen zurückfährst, dann ist das möglich. Ich bin bei Black Hole. So groß ist das Black Hole nicht. Ich kann nicht weiterfahren. Ach, schade. Ach, wie schade. Ah ja. Wir sind halt alle Opfer der Umstände, nicht wahr? Ja. Aber warum? Aha. Okay, es ist noch getroffen. Ich bin zufrieden. Trifft das noch? Ja. Warum ist das so ein großer Ball? Ich hab nur die kleinen. Ich hab den schweren. Au. Du hast verloren. Ich hab ne sehr gute Waffe. Ich kann nichts machen. Mi, mi, mi. Ich heiße Fuchs und kann nichts machen. Du könntest mal treffen. Ist so. Peinlo. Peinlo. Eis. Katzen. Hey. Oh, die kommen, glaub ich, auf mich zurück. Komm, komm. Zu Anton. Eine. Was? Warum pflegen Katzen so komisch? Also, wenn ich Katzen werfe, landen die normalerweise immer präzise dort, wo sie landen sollen. Was hast du so für Erfahrungen mit Katzen werfen? Nicht viele. Echt nicht? Hm, nein, tatsächlich nicht. Was macht ihr da so in eurem Dorf? Äh, wir haben Katzen als Haustiere tatsächlich. Haustiere, okay. Und wofür braucht man Haustiere? Oh. Äh, irgendwie, weil es nicht so gut gibt, äh. Das war ein Versuch. Hm, Versuch, ja. Oh. Ähm, ich hab die Waffel noch nie benutzt. Oh, oh. Oh, oh. Aber ich werde sowieso nicht treffen. Oh, ja. Warum fliegt sie so? Als ob das Paket nicht eingesammelt wurde dadurch. Ähm. Soll ich dich aus deinem Loch rausholen? Bitte nicht. Ich will dir nur ein bisschen Bewegungsfreiheit gönnen, ja? Ich bin ein Gönner. Ich mag keine Bewegungsfreiheit. Kannst du aufhören? Kannst du aufhören? Das klingt doch schneller, als ich dachte. Warum macht so ein Baggerschuss so viel Schaden? Und alle anderen Schüsse, die direkt treffen, nicht? Ich weiß nicht. Es scheint mir nicht sehr fair zu sein. Uh, ich hab einen Panzeraufwertung bekommen. Oh, Dornen. Uh. Ja, das war's. Ja, dann bin ich jetzt zufrieden. Ich denke, das war's dann schon wieder mit dem Video. Danke fürs Zusehen. Das war's und ciao. 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 Ciao.